Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Genshin Impact Video. Heute wieder mit einer neuen versteckten Errungenschaft unter Wunder der Welt. Sie heißt, ach, wieder ein Angler, punkt, punkt, punkt. Verscheuhe die Fische beim Auswerfen deiner Rute. Ja, diese Errungenschaft, falls ihr schon mal geangelt habt, solltet ihr in der Regel haben. Sollte es aus irgendeinem Grund sein, dass ihr sie noch nicht habt, dann müsst ihr folgendes machen. Und zwar wählt ihr einfach irgendeinen Köder aus, ist vollkommen egal welchen, geht an einen Angelspot und dann macht ihr einfach folgendes. Ihr werft wirklich den Köder direkt auf den Fisch. Einfach volle Kanne auf den Fisch werfen. Gut, bei dem Großen merkt man das jetzt nicht so sehr, muss man dazu sagen, weil die generell nicht so schnell reagieren. Aber ja, und dann schwimmen die im Kreis und hauen ab. Da ist jetzt auch wieder passiert. Und das sollte dann eigentlich zählen. Also so sieht es aus, wenn ihr es normal macht. Dann kommt der Fisch eben zu euch und beißt an. Und wenn ihr den Köder eben direkt auf den Fisch werft oder zu nah an den Fisch, dann verscheucht ihr sie eben und dann bekommt ihr die Errungenschaft. Genau. Und ja, damit war es das auch schon. Ich sage danke euch vielmals fürs Zuschauen. Ich würde mich sehr über ein Like, Kommentar, ein Abo von euch freuen. Und ich hoffe, wir sehen uns auch im nächsten Genshin Impact Video wieder. Bis dahin, macht's kurz rein und ciao, ciao. Auf Wiedersehen.